hallo leute und willkommen zu einer weitere folge von erden island erst mal was trinken erst mal was saufen ich sehe gerade meine axt geht langsam flöten das muss ich nochmal verhindern habe ich was zum verhindern jawohl was machen wir heute ich will euch heute etwas zeigen und zwar erstens wir sind fertig wir sind fertig mit dem großen maschinen bauen also spricht das was ich meine ist halt offen und so weiter und jetzt will ich euch etwas zeigen ich habe es doch geschafft paar fische zu fallen also es mit zwischen funktioniert es muss mir nur noch abwarten bis es wirklich einbeißt und ach komm schon also zwei fische habe ich ich kann sie euch mal zeigen komm schon bei star so sieht wir haben noch ein tisch es klappt ja also mit dem fischen es klappt das wird auch automatisch abgezogen die würmer auch wenn nichts einbeißt also wenn wir früher ausziehen wird es dann abgezogene wo aber davon haben wir ja viele so jetzt kommt noch ein tisch noch ein tisch machen wir suchen noch ein tisch und bei sein weil es ein die wellen sind zu groß naja man muss jetzt abwarten bis einer anbeißt was wir heute machen ja heute wird von holz zum stein häuser update weil wir stein ziemlich viel haben will beide updaten und das fisch will nicht einbeißen ok ok dann machen wir folgendes die nehmen unseren hammer hier ist der fisch und wir fangen an mit ich glaube mit dem haus oder mit dem werkstatt in der werkstatt zwar so sieht es dann aus na super es regnet kann ich den dach updaten ja kann ich das mache ich auch steine haben wir genug so das kann doch nicht sein dass wir keine steine haben hier 100 stück da machen wir mal weiterhin hier stein hier stein hier noch steinchen kann ich eigentlich nicht verfügbar also es geht bis zum stein kann nicht weiter updaten upgrade noch mehr update hier mache ich noch jetzt bauen 6 muss aufpassen essen haben wir noch 6 6 6 richtig richtig aber hier ist falsch das ist falsch da hinten ja das hier ja so jetzt jetzt ist richtig dann so unser jetzt habe ich hier jetzt muss man das ja auch noch zum stein machen und ein dach schade dass das nur hier so stein ist naja draußen sieht man die blätter immer noch finde ich schade so aber zumindest tropft sie jetzt nicht rein so jetzt schauen wir mal draußen unser kunstwerk an und ja sollen wir das ganze mit dem haus machen steine haben wir genug ja warum nicht eigentlich fangen wir mal mit der treppe also boden möchte ich nicht machen mit dem stein weil boden soll aus holz bleiben weil wir können boden jetzt sag nicht steine sind alle sind alle ok wir können hier den boden den boden aus stein machen ich weiß es nicht leute mach mal mach mal ja mach mir sieht irgendwie cool aus mit dem stein aber das machen wir nur in der werkstatt weil ähm sieht zwar cool aus aber ich möchte nicht so einen boden zu hause haben so ein steiniger boden sollte schon aus holz und ist nicht so solide aber komplette stein ähm ja hier machen wir aus stein auch aber den boden lasse ich aus holz die treppen nein treppen bleiben auch aus holz so hier machen wir auch aus stein ich hoffe es reicht aus wenn was machen wir noch ein paar steine kloppen so hier weiß ich nicht hier lasse ich erstmal so aus holz jetzt machen wir noch das dach solide so so damit es nicht rein regnet so jetzt ist es dunkler geworden aber wir schauen mal von außen an ja schön ne ja schauen wir mal ähm wir können was essen etwas fleisch hinter den kiemen werfen und ähm ich lasse jetzt hier ich gieße mal aber ich lasse sie wachsen also ich lasse sie sozusagen ich lasse sie ähm weiterhin sein habe ich getroffen hier sind hundertprozentig jetzt lasse ich die auch wachsen so jetzt schauen wir mal nach nach dem wasser saust sieben flaschen und noch sieben bleiben also muss ich noch etwas glas machen so dann trinken wir noch was ähm eigentlich sind wir heute mal fertig wobei ich schaue mal nach Leute die machen noch Möbel glaube ich also ein Tisch hier würde ich gerne Tisch machen ähm jetzt laufen wir mal rüber und gucken was wir für den Tisch brauchen so Tische 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 Werkzeuge nein aber hier oh ja so ein Aquarium 8 Flaschen Wasser 24 Glas und 2 Stein und 12 Bretter ja bei den Brettern wäre ok aber erstmal Glas 24 das wäre auch kein Problem aber 12 Flaschen Wasser Leute das wäre ein Problem so 8 Bretter und Stoff kriegen wir fettisch 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 8 Bretter 8 Bretter 8 Bretter Okay, den Stoff machen wir hier, ach Stoff, das ist nur für den Tisch, Leute. So, okay, äh, das ist jetzt nur für den Tisch, okay, die Frage ist, welchen, welchen Tisch sollen wir machen, also, acht Stoff habe ich für diesen, das heißt, zwölf Bretter brauche ich, der sieht aber echt geil aus, den machen wir, den machen wir für oben, glaube ich, es werden zwei Tische sein, einmal hier und einmal oben, mit so Stuhle, also, den machen wir nach oben, zwar, das ist fest überdachtes Holztisch, der sieht aber viel cooler aus, mit diesen Stühlen hier, den machen wir nächstes mal nach oben, also die, die Stuhle, für eine, vier Bretter, fünf Stoff, also wir brauchen jede Menge Stoff. Okay, ich gehe nach oben und dann mache ich Schluss für heute. 777, naja, der ist nicht so groß, ne, der andere ist größer, aber der würde hier passen, ne, und dann noch zwei Stuhle dazwischen, ähm, den stelle ich aber oben, der sieht viel cooler aus, ne, und wo stelle ich ihn hier, hier so in der Ecke, ne, ja, hier so vielleicht, genau, wobei hier sollte dann dieser, äh, für die Fische in diesem, äh, Aquarium stehen, glaube ich, äh, wo stelle ich den Tisch denn hin, oder machen wir doch hier so ein Tisch, mit, äh, zwei so coolen Stühlen, und dann hier noch, ein Stuhl, da ein Stuhl, da will ich vielleicht, Moment, das machen wir mal, wenn das funktioniert, kann ich das irgendwie nehmen, wenn nicht, dann passt hier bestimmte Stuhl, so zwei Stühle, hier, wenn fertig ist, dann haben wir hier so einen Tisch, auch mal, ja, weil jetzt wird es nicht klappen, mit dem, wie viel war es da, also ziemlich viele, äh, Stoffe, dann das wird hier nicht klappen, ja, da brauche ich noch, okay Leute, ähm, folgendes, wir haben heute, unser Häuser, gemacht, und ich werde dann auf Scream noch etwas spielen, damit ich, ähm, Stoffrolle, und, äh, vielleicht noch Holz, Bretter mache, und Stuhle, und vor allem Leute, was ich noch machen will, ist Glas, um Wasser zu holen, weil das brauchen wir, viel, wir brauchen jetzt viel Wasser, ähm, um Aquarium zu machen, das machen wir nach oben, dann noch ein paar Bilder, äh, Licht, und so weiter, und so fort, also, und dann, habe ich etwas vor, und zwar auf der anderen Insel zu schwimmen, also, vielen Dank für die Zuschauer, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr euch wisst, was zu tun ist, bis zum nächsten Mal, euer Lonover V3, Ciao!